blub blub leute willkommen zurück zu let's play divinity original sin mit mir und dem john hey john hey ho so ja wir sind immer noch schöne kämpfe ja letzte part lief alles ganz ganz gediegen sehr sehr gemütlich ja es war ja mehr dafür da um uns ein bisschen xp zu geben die wir noch brauchen ich bin fast level 20 ja mir viel auch immer viel ich freue mich schon ganz knapp so hier links geht es noch todesritter des todes die drei die kennen wir ja das sind noch drei sind nicht die einzigen drei die frage ist soll man die noch mal probieren weil es wäre jetzt ganz gut wenn wir die weg machen würden da ist nämlich das was unserer karte fehlt was für ein level haben die 18 wir müssen wir nicht schaffen oder ja es sind das dumme ist es sind drei ja das war das was wir nicht daran nicht geschafft haben ach probieren was oder schön erfahrung ich kann direkt starten mit einem dann müssen wir den schlug des ritter wieder anwählen und entzaubern können und den so jetzt nicht sehr cool okay wenn ich den gleich noch mal wenn die wieder zurückkommen der eine ist ja da oben gerade am rumtänzeln aber die zwei könnten wir schaffen probieren muss ja oder kommt jetzt der eine noch zurück hallo ich habe das eigentlich ausgewählt so der ist jetzt auch es ist cool wenn wir die alle verwundbar machen die haben auf den gewartet die schweine werden getrennt hatten weil die zwei stehen geblieben sind okay aber wir haben jetzt zwei von drei verwundbar wenn die zurückkommen kann ich den letzten noch verwundbar machen man kann ja gerne auch reinlaufen oder denen eine spinne verpassen oder sowas probieren was also verwundbarkeit ist da aber die sind alle schon mal verwundbar das ist ein positiver sehr gut das ist nicht so geil du bist ja nein da ich gegen die kämpfen du weißt genau warum tenebrium 700 schaden das war übrigens dein also 99 prozent der lebensenergie in 700 schaden wow 95 prozent mehr wie oh mein gott von jürgern 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 ja aber die erfahrung und so und das ist ja die geben sie eine ganze menge aber die haben einfach mal 2.000 lebenspunkte krank kriegen wir nicht so schnell tot und wenn die uns treffen die schnauze habe ich zehn ich habe genau zehn punkte ich könnte dich wiederbeleben nein das war schrift heute und verundbarkeit das war dumm ich habe die falsche schriftrolle geklickt die sah so aus als wäre das die richtige da muss noch mal probieren der anfang war kacke wegen mir ich habe kein problem ich habe ich kaum gespielt ich kenne save scumming in und auswendig das glaube ich ja ich muss gucken dass madora am anfang steht damit dieses ausfällt das geht ja gar nicht ich soll vorne stehen nicht ich ja nicht zu nah dran stehen die sind noch nicht sind noch nicht verwundbar alle soll lieber noch mal zurück ja klar bis ich so verwundbar gemacht habe oder hau auch einen auf verwundbar ich meine oben links der kommt jetzt erst zurück den kann ich verwundbar danach du den anderen maybe ok moment fluch des todes wieder das war das ja was hast du jetzt ich habe den einen verwundbar gemacht da ist der mittlere ist noch nicht und vor allem noch unverwundbar nicht verwundbar so ja da muss erst mal herkommen während das ist allerdings sehr gut weil währenddessen kann ich mal dora noch mal auf den frischen stand bringen so jetzt mal den bleibungen stehen jetzt bleibungen auf nicht hast du im laufen kriegen hast du noch bekommen das war der fall der hat geleuchtet ja der hat uns ja auch gesehen deshalb an der geleuchtet aber zum glück habe ich noch den anderen penner vorgestellt denn das glätt arsch ja gut kriegt man denn jetzt einfach tötet ja mit 5000 schaden ja das war wieder illusion zerstören die dings zu stören beschwörung haben beschwörung vernichten beschwörung vernichten macht immer 5000 schaden weil kein wesen dass man hier beschwören kann jemals so viel happy haben kann das heißt immer kehren einfach das ist wenn du kein system implementiert das für ein instant kill was ja auch unsinnig ist dann haust du einfach so viel schaden da rein dass das auf jeden fall immer tot sein wird na gut der hinter ist noch immun und verwendbar steht es auch ja gut mein skill ist eh noch blockiert ja eben ich kann das gleich machen verzückung wird bei denen nicht funktionieren aber nicht beim unverwundbaren weil bei dem funktioniert gar ja klar dass das ist klar aber ich glaube ich das ist glaube ich glaube ich glaube was kann funktionieren weil es nur fehlgeschlagen ist nicht immun könntest einen verzücken wenn das vielleicht noch mal mit dem pfeil probiert oder so naja ich weiß nicht ob das risiko wert wäre ich kenne die wahrscheinlichkeiten nicht das könnte ich dir sagen was taktisch klug wäre oder eben nicht das zum beispiel hast du ein drittel des schadens halt verloren weil der unter und da war der eine ja schon klar ist mit gary linde vier aktions punkte ist nicht so viel dann habe ich immer noch sechs punkte übrig ich mache ihn verwundbar ich finde es schade sind aber nicht ein bisschen schaden bekommt okay es reicht noch dass ich vielleicht ein bisschen glück jetzt super sehr gut also das ist auf jeden fall ein verkampf wo wir sehr taktisch sein müssen weil wenn die einmal zuschlagen sind wir praktisch schon tot die machen 900 schaden mit einem schlag maximal 600 bis 900 und das ist eine ganze menge wegen dem scheiß den ebrium wir haben ja nicht mit dem ebrium waffen hat er hier nicht welcher schon der da hinten muss noch weg ja ein er wird du warst ich kann nicht weil das ziel blockiert ist warum ist das ziel blockiert ich sehe doch wo es hin soll das ist doch quatsch ey diese drawing mechanics sind so bescheuert ich verstehe manchmal nicht warum da das ziel blockiert sein soll okay nehmen wir das du kannst nicht vorbei ich hoffe er kann wirklich nirgends vorbei da braucht er nämlich jetzt mal mit dem kreis rum so was mache ich den typen oh gott bitte nicht was ich denke ne da hinten komme ich eh nicht hin okay das war gut hättest du die andere sache gemacht die einmal rundschießt hätte sein könntest du die ganze mauer einfach abbeißen ne ne das wäre ziemlich schilly gewesen das ist aus der sichtweite das heißt aber der kommt da nicht hin der andere typ ist wieder fit das könnte ich theoretisch ändern naja da würde ich vielleicht Madora riskieren ähm stattdessen wir brauchen Damage ne wird Madora beschleunigt und hoffentlich kann sie sehr sehr viel machen in der runde denn der ritter sollte sterben der hier steht der steht nämlich auf unserer seite der mauer ja und sie muss nicht mal was tun sehr gut sie muss sich nicht mal bewegen guck mal wie viel die aushalten ich will nur schaden das war's leider oh das war's schon wozu hab ich dich denn beschleunigt naja so ein keggen der andere liegt noch ne runde wir müssen jetzt versuchen zu fokusen das war nicht so klug da hab ich ihn verklickt ja hat trotzdem noch was gebracht immerhin da der hier noch länger leben wird unterkühle ich ihn mal den anderen kann ich leider nicht unterkühlen ah guck mal er hat einfach die runde beendet oh crap guck mal das ist bei Madora 300 schaden ne nicht ohne okay der muss jetzt sterben das hier 800 punkte john wir brauchen 800 punkte ja ne die falls halb ist doof dann mach ich auch die mauer weg das befürchte ich ja die wird eh nur noch eine runde bestehen oder so aber solange sollten wir die noch nutzen ja komm ich mach noch ne spinne dahin das ist gut warte mal aha ich kann die nirgendwo spawnen die spinne überall ist nix kein platz zur not spawnen sie hinter uns und gehen ein stück zur seite also hinter dir und Madora und gehen ein stück zur seite oder so i don't know du kannst ja vor jahan gehen oder so zwischen jahan und mich damit die spinne da durch kann ich soll ja mehr damage tanken das heißt es kann auch sein dass er einfach nur einen Angriff drauf macht und dies hin aber das wäre ja auch was wert sehr gut der muss jetzt echt sterben der hat noch 700 punkte ja so spinne geh hin und der muss sterben bevor der andere aufsteht und die mauer weg ist yes das ist gut na gut hauptsache sie steht dem weg ja das ist gut jetzt ist die frage der zug wird jetzt wichtig hä ist Madora nicht beschleunigt doch sie ist beschleunigt ich kann das trotzdem schon wieder machen mit dem Flächenbrand was ist das ja für ein Bug irgendwie habe ich das in letzter Zeit öfter habe ich das Gefühl oh ich würde so gerne Erdbeben machen das glaubst du gar nicht aber dann würde ich uns alle treffen mhm das wäre so lustig mhm Feuerball ist auch nicht so geil mit der Eismauer irgendein Vieh beschwören ne ich weiß aber nicht womit ich hier gut Schaden gegen die machen kann mhm vielleicht muss ich das nicht unbedingt vielleicht kann ich den da auch einfach loswerden yes okay der ist niedergeschlagen das heißt wir sind ein bisschen safe vor ihm ist sehr schön dieses mal werde ich ich glaube mich beschleunigen wir sollten aber vielleicht versuchen den der der direkt neben Garindle steht vielleicht noch zu verzaubern oder so ich denke mal das wäre gut und der muss jetzt weg jetzt hat er noch 283 Punkte das kriegen wir noch von dem hier hinter komm schon 146 come on john kill the bastard ah crap ich hab's befürchtet dass Tritts wieder aufsteht oder beziehungsweise dass die Mauer jetzt weg ist die Mauer muss weg ich könnte ihn weg teleportieren ein Stück dann muss er wenigstens weit laufen und er ist unterkühlt das heißt so weit kommt er nicht ich könnte auch versuchen ihn einzufrieren ja so ein Risiko ich glaube das mache ich trotzdem aus dem einfachen Grund shit aber der Grund ist dieser unser Damage Sponge ist dadurch wieder fit ach crap jetzt sind die dran und er ist wieder unverwundbar willst du mich verarschen? ne hopp ja ok er hat nur die Spinne getötet das ist ok das hat ihm zugeraubt aber auch nur leider ein Turn ach Gott sind alle wieder unverwundbar ok das war nicht viel alle oh nein sind die alle unverwundbar ja ok jetzt in der Runde werden die wohl gerade wieder unverwundbar ja das heißt den hinter Maduro verwundbar machen ja und dann versuchen ihn zu töten weil 146 LP kriegst du überhaupt nicht noch hin in der Runde jetzt oder? mhm das sind ja nur auswendig viele oh komm schon 48 komm yes 8000 so 8000 Lebenspunkte ist richtig gut äh ja die sind ne der ist noch nicht unverwundbar vielleicht casten sie das wieder selbst auf sich auch wenn das Unsinn ist es ist sowieso Unsinn dass sie das wieder bekommen hm gut dass ich mich beschleunigt habe dadurch sollte ich gut Punkte haben und noch was tun können die Frage ist nur was I have to try it ah fehlgeschlagen goddammit der wird mich jetzt umnatzen ne der kann mich mit zwei Schlägen töten just saying mal schauen oh god jetzt schlägt alles fehl der da oben ist auch noch da ich kann keinen von denen in der Runde wieder loshören das ist ja unverwundbar weil ist die Unterkühlung auch weg das heißt die Schlagenkriege habe ich eingefroren oh je everything is turning to shit warte mal 4 Stück ich brauche dafür sogar nur 3 wenn ich das richtig mache richtig rum habe ich eine Chance ihn einzufrieren unterkühlt wenn ich die jetzt nochmal unterkühle dann ist er eingefroren ah ich muss ja noch nicht mal einstehen come on so die haben zu große Wasserresistenz mit 50% und der setzt auch wieder untere sonra to ho ist ja gut meine Fresse er kann ich benützen Versuch einen zu verzaubern den da unten bei mir z.B ich hab noch cooldown dann nimm Pfeil Das ist der Moment für so ein Pfeil Ja, aber ich fürchte es klappt bei denen generell nicht Es stand nicht immun da Die Möglichkeit ist da Solange ich den Verwundbaren nimmst, weil bei denen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren Aber guck mal unsere Lebenssynergie an Ich kriege das nicht hochgeheilt Und schon gar nicht, wenn ich Schaden machen muss Ja, der Zauberungsfall Das hier ist ein heftiger Kampf 100% wahrscheinlich Na mal schauen Ja, das sagt sie immer Das ist wahrscheinlich nur die Trefferwahrscheinlichkeit Oh Gott, dammit Nee, das klappt einfach nicht Nur diesmal zu wenig Schaden gemacht dabei Ja, naja 1400 Schaden schaffen wir in der Runde auch nicht Wir müssen irgendwie versuchen, die zu kontrollieren Ja, das war guter Schaden 400 Schaden ist nice Irgendwie müssen wir versuchen, die zu kontrollieren Ich könnte mal versuchen, einen niederzuwerfen Aber eigentlich ist mir das zu riskant Ja, die Wahrscheinlichkeit dazu bringen Ich habe leider noch Cooldown mit der Unverwundbarkeit Ich glaube, das muss Madora bei dir gleich Oder Jahan kann das, glaube ich, auch machen Ich weiß gar nicht, ob Madora das kann Muss ich mal schauen Natürlich kann er das Also kann Madora das auf jeden Fall Wir haben sichergestellt, dass das jeder hat Sieben Aktionspunkte Das sind 2, 4, 6, 8 Das sollte funktionieren Okay Also du kriegst nochmal den ab Oh, goddammit Okay That's it, you bastard Goodbye Guten Einkauf So, der ist unterkühlt Das heißt, der braucht länger, um hier hinzukommen Das dumm ist, ich habe mich geheilt Wenn der da oben mich schlägt Oder dich schlägt, sind wir hin Dass er mir tatsächlich Jetzt verwundbar machen könnte Und umwerfen oder irgendwie sowas Wäre das gut Ne, umwerfen habe ich ja erst probiert Das ist das Cooldown Ja, Ramburg oder sowas Hast du das nicht mehr? Sturmburg könnte ich auch probieren, ja Ja, das kann auch umwerfen Aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit Eben hat es funktioniert Ah, Gott Natürlich funktioniert das nichts mehr Das ist so typisch Statt zu heilen Mach ich lieber das hier Obwohl Von beiden Seiten wäre auch blöd Aber da geht es nicht so weit Aber hier können wir uns besser Darauf konzentrieren Da das alles aus einer Seite ist Und wir den Höhenvorteil haben Ich weiß nicht Wie und ob der in diesem Spiel gemodelt wird Aber so ist er zumindest erstmal weg Ich habe nicht geheilt, leider Und die sind jetzt dran Hoffentlich kommt er nicht an Und kann noch hauen Lass mich in Ruhe Oh nein, 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 nein Das dürfte kein Tod sein Oh, oder er hat das gemacht Dann schon Bei mir schon Ja, 600 Schaden Ich weiß nicht, warum wir bei dir da 600 Schaden machen Bei mir 70 Hm Aber ich ne, das war auch ein anderer Angriff Das war dieser Aus irgendeinem Grund Beschwörung vernichten Angriff Ah, sehr gut Da hat er aber nichts gebraucht Nicht ganz so schlimm Ich kann dich wiederbeleben Ja Das ist dummüßig Ich müsste auch heilen Wo soll ich dich hinsetzen, John? Ich komme ein Stück hinter diese grüne Suppe Wenn ich dich da hinsetzen soll Ja, okay Dürfst du ja noch jeden treffen, oder? Ich denke schon, ja Ich setze dich mal hier hin Ich denke mal, dass Line of Side bei allen da Hm Das ist gut Das hat überhaupt keine Lebensynergie Das heißt, wenn sie zu dir kommen Die werden jetzt hoffentlich andere Prioritäten haben Ja, ich hoffe nicht Denn wenn sie zu dir laufen Verschwenden sie zumindest noch Punkte beim Laufen Hm Versuch den Nieder hier zu töten Warte mal, warte mal Also wenn du mich fragst, den Grundumschläge jetzt gerade absolut irrelevant Ah ja Wir sollten versuchen, einen niederzufokussen Nicht beide ein bisschen zu damagen Das Problem ist, dass sie so viel Schaden haben Dass einer alleine uns schon alle kehlen kann Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, jetzt einen wegzuhauen Sind wir wahrscheinlich hin Ja gut, das hätten wir doch jetzt so oder so nicht geschafft Ich kann noch was versuchen Beide eingefroren Lucky Ich glaube, das ist das, was wir gebraucht haben Jetzt haben wir Zeit, uns zu heilen Das ist gut Wir haben zwei Runden Ruhe, wenn wir Glück haben Gut, ich kann jetzt da hinten nichts machen durch die Mauer Heil dich Aber, ja Das ist das Beste, was du tun kannst Du kannst dich eh mit so einem großen Heiltrang super weit hochheilen Hm Nee, warte damit Nein, nein Selbst wenn es funktioniert, hätte er jetzt zwei Runden gehalten, John Gucken wir, was noch zwei Runden dauert Das ist eingefroren Das heißt, es hätte überhaupt nichts gebracht Das war Das hättest du dir besser aufsparen sollen für die Runde, wenn sie dann wieder frei sind Ja, es hat wahrscheinlich nicht geklappt Aber vielleicht hätt's geklappt Und Okay, ich hoffe, Jahan kann mich gleich wieder voll heilen Dann heile ich dich voll Hm, obwohl, ich hab noch was Der muss doch eh sterben Nom, 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 nom Haha, Vampirismus von Wind Ich erinnere mich an Plague Inc, die Vampirkrankheit Äh, Pax Nocturnis Nee, wie hieß das? Oh Ich weiß es nicht, irgendwie sowas Sehr gut, einer tot Ich steige beim nächsten Killen Level auf Das heißt, ich bin und auch soll wieder voll geheilt sein Ja Der ist wieder aufgetaut, der Penner Ich habe aber, glaube ich Ich gucke doch nochmal meine Liste durch Keine Mittel Ah, nee, ich hab nicht wirklich Mittel dagegen was zu tun Mhm Maybe Neben mir steht sonst keiner, nur der, ne? Mhm Das hier ist ein ziemlich starker Angriff mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einzufrieren Ah, Goddammit Okay, dann eben nicht Ich will nicht nur unterkühlen, du Penner Was ich vielleicht vorher machen sollen Da wäre die gefrieren Wahrscheinlichkeit höher gewesen Ja Du solltest ihn jetzt auch treffen können, eigentlich Wenn du es möchtest Ja Warte mal, dann nehme ich den Skill Sehr schön Unter der Hälfte Lebensenergie ist er jetzt Kriegen wir ihn jetzt Ja, 855 Schaden braucht er noch 778 Ich kann mich nicht heilen Oh, Gott, bitte sagen wir, dass ich irgendeine Heilung habe Ja, eine pisselige Heilung Oh mein Gott, und die frisst eine ganze Menge Vier Aktionspunkte Aber hier, mir wird angezeigt, 8 What? Ja, das schafft man jetzt Das muss man nicht erzählen Meinst du, dass wir die 778 bekommen, bevor die Mauer bricht? Ja Weil alles Gute, was ich machen kann, wird die Mauer wahrscheinlich zerbrechen Wir können Blitz machen Oh, mein Aerotürk ist niedrig? What? Warum soll das niedrig sein? Das ist doch auf Maximum Oh, das ist bei mir nur auf 2 Oh, Crap Und ich kann es nicht erhöhen, obwohl ich 19 fährt Äh, nee, ich habe nur einen verfügbar, okay Warum ist es bei mir nur auf 2? Das ist ja strange Hm, ich könnte ihn nicht teleportieren Aber gut, die Teleportation kann ich mir ja aufheben Hm Das war's, ich sorgte dafür, dass er noch ein Target hat, wenn er da rauskommt Ich kann mich eh nicht heilen Oder beziehungsweise ich sollte mich ja nicht heilen Und jetzt kann ich mich auch nicht mehr heilen Okay Hau ihn um No Wenn wir das hier schaffen, liegt das einzig und allein an Jahans Eismauer Einzig und allein Oh, Crap Oh, Crap Jetzt haben wir ein Problem Ah, das kriegen wir hin Äh, John, der ist nochmal dran, bevor wir das schaffen Ich schaffe keine 600 Punkte gerade Ja, aber Jahan ist nicht so der Schadensausteiler Mal schauen, auf wen er geht Ich hoffe, er auf mein Skelett Hm Oh, ich sehe nicht mehr, ob er gegen Luft anfällig ist Ich hoffe es mal Oder er ist unterkühlt Ich könnte nochmal einfrieren versuchen Aber Wasser ist ja nicht anfällig Ich versuche los zu kommen Wir müssen jetzt Schaden rausklappen Ich habe ein Leben fehlgeschlagen, leider Und Jahan ist nicht Komm schon, töte ihn Skelettfreude Ich habe nur 94 Nur 94% Das ist ja wie Exkommen hier 94% Trefferchance Bam, daneben Oh, fast Oh, Glück, Glück, Glück Noch einen hat er Sehr schön Aber ist unverwundbar By the way Kannst du ihn aus der Verwundbarkeit rausholen Dann ist er mehr viel Dann sind es nur ein paar Punkte, die er braucht Sehr gut Boah, ist das nervig, dass sie die scheiß Verwundbarkeit Also wieder ablegen können Ja, nicht mehr viel Noch einer Yes Zwei Stufenaufstiege Geil Boah, war das ein heftiger Klamm So kurz davor Ja, beim nächsten haben wir Büffelamulett So, ich kann ja nochmal kurz skillen Die Intelligenz darf ich nicht mehr skillen Ich darf es nicht auf 20 Punkte bringen Das finde ich irgendwie nicht nett Okay Ich kann Konstitution skillen Gewandtheit brauche ich, glaube ich, nicht Also Konstitution oder Schnelligkeit Was sagst du? Bewegungsgeschwindigkeit und Initiative Und darauf, wie viele Aktionspunkte ihr am Kampf erhaltet Oder Konstitution, wie viel Lebenskraft ihr habt Und wie viele Aktionspunkte ihr insgesamt besitzen könnt Ich glaube, jetzt der Besitzende ist besser, oder? I don't know Ja Ist beides gut Beides gut, ja Ja, lieber schnell Ich bin schon Konstitutionsmäßig gut genug dabei Fähigkeiten Aerotürke auf jeden Fall hoch Das weiß ich jetzt, dass es ein bisschen niedrig war Gut Und bei Jahan, Jahan kann Intelligenz noch verbessern Sehr gut Ja 17 Intelligenz An Gerlinde kommst du nicht mehr ran Aber Hast schon Dafür kann ich Hexerei darf ich nicht hochpowern Irgendwas hieß es Dass man da am besten hochhaut Wenn man noch so übrige Punkte und schöner Leuchten braucht Was sie eher genommen hätten Körperstärkung, maybe, oder sowas Wäre vielleicht ganz gut Wegen Rettungswürfe auf Statuseffekte wie geblendet, schwach erkrankt und bla Fällt mir jetzt erst auf Ne, ich nehme jetzt noch I don't know Achso, bei dir wäre es Schuft gewesen, was alle lieber gesehen hätten Ja, haben viele gemeint Ja Aber naja, ich weiß nicht Das ist Glücksbringer Glück beim Finnstürzigen Schätzen, oder besser den Angriffswert Nett, aber ist jetzt glaube ich auch nicht mehr von nöten Weißt du was, dann nehme ich echt Körperstärkung Fuh it Hä Oh, ich kann Körperstärkung sogar zweimal nehmen Ist das nicht cool Jetzt habe ich Körperstärkung auf drei Okay, das war's Super Ein paar Minuten haben wir noch Gut Das war jetzt ja ein Kampf, ey Das war nicht rum, ne? Hä? Hier liegt Eis? Ich hab doch gerade die ganze Zeit Eis gezaubert Mit der Mauer Schau mal, wie die Mauer hier einfriert Ja, der Running Gag, der muss sein Ja, das ist so super, Alter, Alter Das müssen wir im zweiten Teil auch so bringen, ja? Ist sowieso Brauchen wir deinen Eismagier Aber das werde nicht ich sein Ich weiß gar nicht, ob ich auf Magier gehe oder sowas Wie in Richtung Kampfmagier oder so Damit wir noch ein bisschen mehr Nahkampfschaden auch haben Aber dann sind die Zauberer halt auch schlechter Und so, ne, das ist immer so doof Ich weiß nicht, entweder mach ich nochmal So einen gleichen Charakter oder ich mach nochmal Ich mach sowas Madoramäßig, so richtig Auf Krieger oder so Wirklich? Okay Das Problem ist halt, wir wissen nicht, was für Charaktere man dazu bekommt in die Gruppe Ja klar Dass es vier Stück halt sein dürfen Und dass wir eventuell mit drei Leuten spielen Das war ja schon mal so in die Richtung gedacht, ne? Genau Aber wir wissen halt nicht, was bekommen wir noch für einen Charakter Nehmen wir noch eine vierte Person dazu Oder was gibt's halt im Game Und so, und da kann man die Gruppe halt so schwer Ja klar Aber ich denke Es ist schon möglich, dass man sich da perfekt ergänzen kann Oh, sind noch drei Oh, sind noch drei Zurück, 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 zurück Boah, ne Schon wieder drei Okay, wir können hier durch Hier links Und dann haben wir alles aufgedeckt auf der Seite Wenn wir hier hinten waren Okay Solange die drei nicht kommen, ne? Die sind mir echt gerade ein bisschen viel Aber Leute, geil Wir sind Stufe 20 John, wir sind Stufe 20 Ja Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen Also fast zumindest Ja gut, du fast, ich schon Ja, ich brauch noch so ein Eichhörnchen Dann hab ich auch Stufe 20 Ja, wir finden hier sicher noch irgend so einen Napp, den wir verhauen können Ja So kurz davor, oder? Die Ritter umgehen Also die Ritter möchte ich jetzt nicht unbedingt verhauen Äh Wir können jetzt Wir haben jetzt alles hier in dem Kartenbereich durchsucht Wir könnten jetzt mehr so Richtung Nordosten gehen Okay Gucken wir mal, ob wir da noch schnell einen Gegner finden, den wir umklatschen können Und dann Oder eine kleine Gruppe oder so, die nicht so viel drauf hat Okay Am besten Kaninchen oder so Ja Damit schon sein Leben bekommen Ja, viel mehr braucht sich Es ist echt so kurz Darf ich noch ein Armskarnitchen umdreffen Ja Das ist am viel Hier ist auch dieser Kopf, mit dem wir nicht wissen, was wir anfangen sollen Können, dürfen, müssen Ach, es wird sich Ja 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 Ja, dieser Titanen Kopf Mh 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 Reden oder so Ach ja, wir können immer noch mit dem reden Ah, wir haben die Übersetzung Oh, guck mal Titanen Kopf Blblblblblblblblblblbl Übersetzung Seid gegrüßt Wächter Übergrüßt Ja, ich bin ein Held Und wir sagen jetzt auch, seid gegrüßt. Ihr sprecht die alte Sprache. Wie kann das sein? Ich habe ein Titanwörterbuch gefunden. Das ist so bescheuert. Ich kann nicht mehr daran gedacht. Ihr sprecht gut, aber ich werde für euch die moderne Sprache verwenden, damit wir uns besser unterhalten können. Vor allem sitzt sie da, kriegt einen Text vorgelabert, schlägt ihr dem Buch nach. Okay, das, das und das und das. Wie antworte ich da drauf? Zap, 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 zap. Das, das und das. Okay, super. Grammatik und sowas gleich mit übersetzt, wie auch immer das funktioniert. Ja, das kriegst du nicht aus dem Wörterbuch, aber okay. Warum nennt ihr mich Wächter? Seid ihr das etwa nicht? Wir Titanen sind eine alte Rasse, Hüter. Es gibt bestimmte Dinge, an die wir uns langsam wieder erinnern. Und ich kann das nur noch sagen, ich bin dann mal weg. Toll, das hast du jetzt gebracht. Ja, das war jetzt supergeil, ne? Ja. Ich klicke das nochmal schnell durch. Okay, also das scheint wirklich mal ein Wesen gewesen zu sein, das hier rumlief. Jetzt ist er nur noch ein Hopf. Auch die andere Seite irgendwie kommen kann. Also vielleicht kriegen wir da noch was für. Hier sieht es aus, als wäre hier ein Grab. Guck mal, dieser Hügel. Mhm. Der so ein bisschen erleuchtet ist oder so. Ein bisschen erhoben. Ja gut. Nicht da was, ne? Die sind auch nur Pilze irgendwo rum. So, wo sind wir eigentlich? Hier oben geht es zu diesem Tempel, bei dem wir mal waren. Oh, hier geht es in eine Höhle. Das wäre ein super Moment, um die Schluss zu machen. Ja. Ist ein schicker Flieffänger. Ein Kampf. Ein Kampf will ich noch haben. Oder Erkundungs-XP. Ist ja ein kleiner zumindest. Und auf dem Kampfschopfer. Oder Erkundungs-XP wäre auch okay. Aber das würde mir auch reichen. Das sieht ja interessant aus. Hier ist ein frustrierter Bär. Okay, mit dem müssen wir reden. Oh, und da haben wir hier ein anderes Bär. Level. Und, wir sind hier in so einer Art Dornenhain. Guck mal nach oben. Bäume voller Runen. Oder Wurzeln voller Runen. Ja, ja. Schwierig. Ich bin so ein bisschen an Dark Souls gerade. Das ist schick, ja. So Dark Souls 1, weißt du? In dem Baum drin. Wo man dann runterspringen musste. Ich muss mir mal mein Level angucken. Ja, ja, mach das nur. Ich rede noch mit dem Bär und danach können wir ja beenden. Und dann kannst du dein Level ja noch machen. Okay. Das Wildschwein versucht zu grunzen und zu quietschen. Vermag aber keinen Ton, weder hoch noch tief, herauszubringen. Sein ganzer Körper zeugt von einer entnervten Frustration darüber. Euch wurde eure Stimme genommen, richtig? Das ist ja schon das vierte oder fünfte Tier, das wir treffen, dem die Stimme genommen wurde. Könnt ihr mir zeigen, wer das getan hat? Das Wildschwein zeigt energisch auf den sanft abfallenden Weg. Wer immer es seiner Stimme beraubt hat, könnte immer noch sehr nahe sein. Interesting. Intriguing. Da unten, wo es jetzt herunter geht, zu diesen Runenbäumen. Dort scheint wohl die Person zu sein, die allen Tieren die Stimme nimmt. Hier geht noch... Noch Baumstämme oder ein Baumstamm. Ja, es ist ein Baumstamm über den Fluss. In Richtung eines Goblin-Dorfes. Zumindest sehen die Palisaden so aus, als wäre hier eines. Okay. Ja, hier ist... Oh ja, hier sind wieder die Gobos. Ja, doch da, da waren wir schon bei den Gobos. Die haben wir nur noch nicht platt gemacht. Die sind wahrscheinlich wirklich vor dem Quellentempel. Die müssen wir noch plätten. Oh, Joy! Aber Leute, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich habe jetzt auch gelevelt. Sehr gut. Was Schönes? Ja, ich bin jetzt mal auf die Dings der Zuschauer eingegangen. Ich habe ein bisschen Schuft geskillt. Mhm, sehr gut. Und ja, bei Madora gab es Körperstärkung. Ja, passt. Oh, nice. Ja, und keine Attributpunkte? Stärke, Gewandtheit, Intelligenz, Gedöns? Stimmt, habe ich auch noch einen Fünktchen im Moment. Lass mich mal eben noch kurz... Da, ja, das ist wichtig, das vergesse ich ja. Warte mal, was nehme ich denn da? Hey, Gerlinde könnte auch Schuftskillen. Ja. Ja, aber ich habe noch einen Punkt übrig. Ich habe dann nämlich... Schuftfertigkeit zu werden. Ich stehe auf Schnelligkeit. Hast du überhaupt noch Schuftfertigkeit? Hast du Bücher oder sowas? Ach, das ist ja Bodenstein übrigens, ich habe den wirklich. Ja, und bei Madora nehme ich jetzt noch... Nee, Konstitution. So, okay. Das habe ich übrigens noch nicht gesagt, das Büffel-Amulette, das ist schon identifiziert. Gegenstand der Stufe 8. Ein einzigartiges Amulett, das so aussieht, als wäre es hinuntergefallen. Einzigartig. Und 3600 Gold wert. Okay. Ich ziehe mir das jetzt an. Ich will wissen, ob ich da zum Büffel werde oder sowas. Yay. Das wäre so krank und so typisch. Nee, nichts passiert. Okay, cool. Komisch. Interessantes Amulett. Ich habe noch ein paar Sachen zu identifizieren. Das mache ich schnell noch und dann... Ja, und mach doch. Tenebrium-Achse. Wie wäre die für Madora? Ich gebe die ihr mal. Die ist ziemlich nice. Ist ja nicht die geilste, die es mir gibt. Ich weiß auch nicht, ob du zwei Tenebrium-Fertigkeit hast. Ich fürchte wahrscheinlich nicht, dass du es geskillt hast. Und hier ist noch ein Panzer für sie. Vielleicht ist der ja besser als ihrer. Das Amulett behalte ich. Wenn ihr was wisst über das Amulett, Leute, sagt mir das ruhig. Oder schreibt es uns in die Kommentare. Weil das wäre sehr gut. Und mir wirst du das nicht. Okay, ich gucke gleich nochmal schnell durch meine Fertigkeitsbücher, ob ich irgendwas lernen kann. Ja. Auch wann zum Beispiel. Ne, ich glaube, das ist ja auch so. Nicht. Schade. Schade, die Waffe ist echt geil. Bis 300 maximal schade. Das ist echt krass. Eben. Eben. Und dann plus Tenebrium-Schaden und Wasserschaden. Ja, ja. Das ist echt geil. Also das wäre schon gut gewesen. Oh, du hast eine Konstitution gegeben. Sie hat nämlich schon wieder einen arschvoll Lebendpunkt bekommen. Ja. Hammer. Ja, Leute, aber egal. Was weiterhin passiert und was dort unten lauert, das sind hier die Stimme raub. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal bei John anschauen. Seid dabei. Wenn es wieder das Let's Play Divinity Originals sind. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.